Mein Lieu, ich fürchte, ihr findet mich in einer unglücklichen Lage vor. Ich kämpfte mit Miliagant bis aufs Blut, um die Rückkehr von Königin Guinevere sicherzustellen. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, Herr. Das passt da nicht hin, mein Lord. Sire, dieses seltsame Land, in dem wir gefangen sind, bereitet mir Unbehagen. Ich schwöre, hier liegt Böses in der Luft. Die Wachen berichten von allen möglichen eigenartigen Vorkommnissen. Werdet ihr uns brauchen? Schwertkämpfer, forward! Welche Prüfung erwartet uns? Wie ihr befehlt? Männer, an die Waffen! Schwertkämpfer, forward! Wir müssen Sir Lancelot schützen, er ist schwer verwundet und wird für einige Zeit nicht in der Lage sein zu reisen. Rauf auf die Welle! Bereit! Los, an den Wall! Herr Lancelot ist zwar noch schwach, Herr, aber wir sollten als letztes Mittel Gebrauch von seiner verheerenden Begabung machen. Wir werden angegriffen! Rekruten benötigt, Sire. Unsere Schwerte sind die Euren! Sire, garstige Wesen greifen die Burg an, klettern auf unsere Welle und unsere Pfeile können ihnen nichts anhaben. Sire, befehle ich uns! Ein gerechter Kampf! Möge Gott mit uns sein! Für die Tapferkeit ein glorreicher Kampf! Spürtkämpfer, forward! Mon Dieu, ich fürchte, er findet mich in einer unglücklichen Lage vor. Ich kämpfte... Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, Herr! Sire, dieses seltsame Land, in dem wir gefangen sind, bereitet mir Unbehagen. Ich schwöre, hier liegt Böses in der Luft. Die Wachen berichten von allen möglichen eigenartigen Vorkommnissen. Neue Befehle, Sire? Wo ist der Feind? Wir müssen Sir Lancelot schützen, er ist schwer verwundet und wird für einige Zeit nicht in der Lage sein zu reisen. Mit erhobenem Haupt! Auf euren Befehl! Los, an den Wall! Unsere Bögen werden singen! Rauf auf die Welle! Sir Lancelot ist zwar noch schwach, Herr, aber wir sollten als letztes Mittelgebrauch von seiner verheerenden Begabung machen. Wir werden angegriffen! Ja, mein Lord! Waffen benötigt, Sire! Rekruten benötigt, Sire! Wir sind bereit! Wogenschützen unterwegs! Erwarte Befehle! Wir kämpfen tapfer! Für Ruhm und Ehre! Was sagt ihr, Marlott? Los, an den Wall! Wir werden angegriffen! Waffen benötigt, Sire! Waffen benötigt, Sire! Hatte invade! Bogenschützen! Vorbereiten! Augen auf, Männer! Ja, Sire! Ja, Sire! Vorwärts! Werdet ihr uns brauchen? Ziehen los! Männer, an die Waffen! Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Ja, Sire? Auf die Plätze, Männer! Rauf auf die Welle! Unsere Sehnen sind gewachst. In Bewegung! Gebt uns nur ein Ziel. Wir bewegen uns. Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Sire! Aufs Schnellste! Wir werden angegriffen! Was ist das? Der Teufel hat unsere eigenen Männer gegen uns aufgehetzt. Altarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Bereit! Wir werden angegriffen! Los an den Wall! Unsere Schwerte sind die Euren! Euer Zeichen, Sire! Bogenschützen! Bereit machen! Wir sind eure Leute! Gehen in Stellung! Sire! Befehligt uns! Los! An den Wall! My Lord! Wir werden angegriffen! Auf die Plätze! Vorwärts! Neue Befehle, Sire! Auf euren Befehl! Waffen benötigt, Sire! Erwarte Befehle! Wir kämpfen tapfer! Was sagt ihr, My Lord? Los, an den Wall! Werdet ihr uns brauchen? Wir werden angegriffen! Los, an den Wall! Männer, an die Waffen! Los, an den Wall! Bereit! Wir werden angegriffen! Unsere Schwerte sind die Euren! Sire, befehligt uns! Eure treuen Burgen schützen! Neue Befehle, Sire? Ja! Die Späher melden eine gewaltige feindliche Truppe, die sich auf uns zubewegt! Die Späher melden eine gewaltige feindliche Truppe, die sich auf uns zubewegt! Deinenicas ist es eine gewaltige 1500er, die sich auf uns zubewegt! Auf! Wir werden angegriffen! Ein gerechter Kampf! Möge Gott mit uns sein! Für die Tapferkeit! Ein glorreicher Kampf! Los an den Wald! Erwarte Befehle! Wieder marschieren wir! Wir kämpfen, Tapfer! Was sagt ihr, Marlott? Werdet ihr uns brauchen? Tak, tak! Männer, an die Waffen! Wir werden angegriffen! Bereit! Los an den Wald! Unsere Schwerte sind die Euren! Wir werden angegriffen!